Ich weiß, Sie wollen wirklich weit weg, aber wir borden trotzdem noch nicht. Nee, nee, ich wollte Sie eigentlich ganz was anderes fragen. Also mal angenommen, Ihr Freund oder Mann, den Sie sehr lieben, der würde Sie verlassen. Also was müssten wir machen, dass Sie ihm nicht mehr nachtrauern? Das fragen Sie mich jetzt allen Ernstes. Ja, das frage ich Sie allen Ernstes. Das ist eigentlich ganz einfach. Der müsste sich als Riesenarsch entpuppen. Als Riesenarsch? Riesenarsch. Nein, danke. Sie wissen gar nicht, wie sehr Sie mir damit geholfen haben. Mit Ihrem Riesenarsch. Liebe Biene, wenn du dies hier liest, bin ich im Buenos Aires, Argentinien. Ich musste einfach abhauen. Es ging nicht mehr. Den Überfall am Flughafen, den habe ich vorgetäuscht, weil ich kein Baby mit dir will und auch kein Haus mit Kies aufhört. Den Frühstückstisch am Vorabenddecken mit Filzeierwärmern, ganz ehrlich, das kann es nicht gewesen sein für mich. Wir haben uns ein Penthouse gemietet. Ja, du hast richtig gelesen, wir. Ich bin jetzt mit einem argentinischen Model zusammen. Sie ist schlank, Brinette, und sie macht halt auch im Bett alles mit, auf was dein Mausbär so steht. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass du bald jemanden findest, mit dem du was in dein Kinderzimmer stellen kannst. Aus der Sonne Argentiniens, grüß dich dein Pitchi.